Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 558. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Basti. Gude und Grüße. Ja und dann könnt ihr euch jetzt hier ein Grillengezirpe vorstellen, ich habe das glaube ich auch irgendwo auf dem Soundboard. Die anderen sind wegen Urlaub, Krankheit, warte, 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 hier Crickets. So war das ungefähr die Woche, als ich in unserer WhatsApp-Gruppe gefragt habe, wer hat die Woche Zeit. Genau, weil entweder Urlaub, weil Sommerurlaub oder krank, gute Besserung an den lieben Marvin. Ja und dann bleiben dann irgendwie nur noch wir zwei Karoten übrig, Basti. Ja, wir mussten uns jetzt hier kurzfristig zusammenschalten tatsächlich, weil ich muss auch, aber um eine Stunde muss ich weg, weil ich dann die 390 schon in Hamburg planen muss. Deswegen alles für euch da draußen haben wir uns jetzt hier zwischen unseren Terminen irgendwie möglich gemacht. Genau, also wer glaubt, 390 wäre absolut planlos, hat hier den Gegenbeweis bei uns gehört. Es finden tatsächlich Planungen statt. Ob sich daran gehalten wird, das seht ihr dann, wenn ihr noch Karten für Hamburg kauft und da hinfahrt. Ja, kommt vorbei. Genau. Fahrt Freitagabend im Nordspeicher. Diesen Freitag schon? Diesen Freitag tatsächlich. Wir sind sehr früh dran mit der Planung, wie du siehst. Okay, okay. Das ist natürlich dann wieder der 390-Modus, den ich erwartet hätte. Ja gut, aber zu unserer Verteidigung kann ich ja sagen, wir wollten natürlich auch auf aktuelle Geschehnisse eingehen dann. Ja, okay. Das heißt, ihr werdet dort ausführlich die Wahlergebnisse aus Sachsen und Thüringen besprechen. Das tun wir nicht. Okay, gut. Weil ich glaube, ich will uns allen den Abend nicht versorgen, deswegen. Genau. Das werden wir auch hier heute nicht besprechen. Wir werden hier heute über die Eintracht sprechen. Wir haben so Themen auf dem Zettel wie das Spiel gegen Hoffenheim, die letzten Transferdinge, die getätigt wurden. Und wir können mal so ein bisschen über die Europa League sprechen. Bevor wir das dann aber gleich natürlich alles hier tun werden, nutzen wir die Gelegenheit, um uns bei unseren Unterstützerinnen und Unterstützern zu bedanken. In diesem Moment noch viel wichtiger denn je, weil, wie schon gesagt, wir sprechen gleich über die Europa League. Und da gibt es auch mindestens vier Auswärtsspiele, zu denen man natürlich fahren will. Das muss natürlich auch irgendwie finanziert werden. Also von daher freuen wir uns, wenn der eine oder andere Unterstützer oder die eine oder andere Unterstützerin noch mit dazukommt. Und zu den Menschen, die uns schon unterstützen, gehören der Frederik, der Holger und die Kerstin. Die kamen in der letzten Woche mit kleinen Einmalunterstützungen um die Ecke. Deswegen geht der Dank diese Woche stellvertretend an die drei da raus. Aber ja, ihr habt auch die Chance hier genannt zu werden, wenn ihr uns einfach auch unterstützt. Dazu geht ihr auf eintracht-podcast.de. Da gibt es oben den Reiter Support und da findet ihr alle Infos, die ihr braucht. So, und jetzt sprechen wir mal, bevor wir über das Hoffenheim-Spiel sprechen, vielleicht mal über das Ende des Sommertransferfensters. Ihr habt das ja am Freitagabend live mit Fußball 2000 auch begleiten dürfen, noch die letzten 30 Minuten und dann die 30 Minuten danach. Aber eigentlich war da zu dem Zeitpunkt schon so ziemlich alles klar, was man wissen musste. Mabusch ist geblieben und hat auch im Laufe des Freitags ein, wie ich fand, durchaus emotionales Statement per Video noch abgegeben. Ibimbe ist auch geblieben und hat dann auch entsprechend den öffentlichen Zuspruch des Trainers im Rahmen der Spieltagspressekonferenz nochmal bekommen. Aurelio Buta wurde verliehen in die League A mit einer Kaufoption und die Eintracht hat nochmal ablösefrei am Freitag tatsächlich zugeschlagen für die von uns schon angesprochene Mittelfeldposition und hat Moda Hood von Brighton ablösefrei verpflichten können. Er hat einen Zwei-Jahres-Vertrag bekommen. Damit kommt nochmal so ein bisschen mehr Erfahrung in dieses Mittelfeld und vielleicht auch jemand, der sich durchaus auch damit zurechtfindet, wenn er jetzt nicht eine absolute Stammplatzgarantie in jedem Spiel bekommt. Abschließend, wie zufrieden bist du denn jetzt mit diesem Sommertransferfenster? Kannst du damit leben, was da noch passiert ist? Hochzufrieden tatsächlich. Hochzufrieden. Wenn man das mit vergangenen Transferfenstern vergleicht, sind wir gut davongekommen. Klar haben wir Pacho verloren, aber da schien die Eintracht ja sehr gut vorbereitet und hat, stand jetzt gefühlt, fast einen besseren Spieler für weniger Geld bekommen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Und die anderen Ängste, die man so ein bisschen hatte, haben sich noch nicht bewahrheitet. Also Mamouche ist geblieben. Die Story, die uns letzte Saison erzählt wurde, wo wir auch immer ein bisschen Zweifel hatten, dass die sich halt mal einspielen müssen, man Geduld haben muss, weil nächstes Jahr dann quasi eine eingespielte Mannschaft zusammenbleibt. Die hat man ja trotzdem immer so ein bisschen angezweifelt, aber die hat sich bewahrheitet tatsächlich. Also es gibt viele Spieler, die sind jetzt schon ein Jahr zusammen. Die haben schon ein oder ein halbes Jahr Bundesliga hinter sich und können jetzt dann eventuell halt anfangen zu liefern. Also ich habe Bock auf diese Mannschaft, weil wir haben ja trotz weniger wichtiger Abgänge auch den einen oder anderen wichtigen Zugang getätigt. Also von daher habe ich das Gefühl, dass die Mannschaft stärker ist als im letzten Jahr. Ja, und ich würde auch sagen, dass der Kader alles in allem wesentlich ausgeglichener und runder ist als im letzten Jahr. Allein schon deswegen, weil wir nicht diese Problematik wie zum Beginn der letzten Saison hatten, dass wir ohne nominellen Stürmer agieren müssen. Aber auch so hast du einfach sehr viele unterschiedliche Spielertypen, Spielercharaktere, die du dann halt auch situativ bringen kannst. Und auch, du hast es angesprochen, wir haben wichtige Verpflichtungen getätigt, wovon aber ja auch, und das hatten wir ja in den letzten Folgen auch schon besprochen, die ersten halt auch schon direkt quasi aus dem Stand in dieses jetzt doch etwas gefestigte Mannschaftsgefüge halt reinfallen, wenn man mal auf Christensen und Theat guckt, die in ihren ersten Spielen, wo du schon so ein Stück weit das Gefühl hast, okay, die sind jetzt auch schon sehr lange da, so wie das da agiert. Ich glaube, da schlägt dann auch die Erfahrung ein Stück weit mit rein, aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Und ja, der Rest ist ja quasi aus dem letzten Jahr in gewissen Teilen und konnte sich einspielen. Also das lässt dann schon einfach auf die kommenden Herausforderungen hoffen. Ja, im Endeffekt können wir es auch jetzt noch nicht beurteilen, aber man kann ja trotzdem irgendwie festhalten, dass das Gerüst zusammengeblieben ist und dass die Eintracht ja mit dem Gerüst ja was vorhatte und hat. Und dass man jetzt halt gucken kann, okay, inwieweit klappt das? Und gegen Hoffenheim zum Beispiel hat es ja schon gut geklappt, da ein anderer Spieler, hast du schon gesagt, hat sich aufmerksam gemacht. Also irgendwelche Prognosen zu starten, in welche Richtung das geht und welcher Spieler sich wie entwickelt, können wir jetzt eh noch nicht machen. Aber zumindest das Last-Minute-Drama ist ausgeblieben, dass wir in irgendeiner Art und Weise irgendwas mit in die Saison schleppen, wo du von vornherein schon ein schlechtes Gefühl hast. Natürlich können schlechte Gefühle sich jetzt entwickeln, weil der ein oder andere vielleicht dann doch nicht so gut ist, wie man denkt. Wenn der ein oder andere vielleicht eine Formschwäche hat oder die Mannschaft sich dann doch nicht findet oder der Trainer es nicht hinkriegt oder irgendwas, das kann alles noch passieren. Aber letztes Jahr war es ja schon so, dass du mit Bauchschmerzen nach dem Deadline-Day in die Hinrunde gegangen bist, weil du wusstest, okay, so war das nicht geplant. Und man muss im Winter nachrüsten, das wurde ja auch gemacht. Die Eintracht hat ja sehr viele Spieler im Winter geholt, was ja dann auch ein Zeichen ist, dass eben im Sommer nicht alles ideal gelaufen ist. Dieses Gefühl habe ich jetzt nicht. Also ich sitze nicht zu Hause und denke, boah, fuck, Alter, wir haben jetzt diese Position komplett liegen lassen. Es gibt das eine oder andere, was die Eintracht hätte machen können, was sie nicht gemacht hat, was aber halt auch nicht schlimm ist. Weil du hast schon recht, wenn du sagst, der Kader ist ausgeglichen. Also es gibt viele Aufstellungen, die man machen kann und es ist nirgendwo, wo ich sage, okay, die Lücke ist so groß, das kriegen wir nicht aufgefangen. Oder wir haben jetzt, keine Ahnung, gefühlt haben wir endlich mal Außenverteidiger für eine Viererkette gefunden nach zehn Jahren. Ja, ja. Ich glaube, da hat die Eintracht schon so ein bisschen ihre Prioritäten verschoben. Die wollten halt ein bisschen Personality haben. Das haben wir jetzt vielleicht durch Christensen und Theater auf einer anderen Position. Ja. Also es ist nicht der Plan A aufgegangen, aber meine Güte. Also ich glaube, für Eintracht-Verhältnisse und für das, womit Vereine wie die Eintracht leben müssen eigentlich, man sieht es ja bei Stuttgart zum Beispiel, dass wir jeden Sommer, wenn wir eine einigermaßen anständige Saisonspiel auseinandergeschreddert werden, das ist diesen Sommer nicht passiert. Und ja, das Highlight war natürlich dann, dass man musch geblieben ist. Weil von dem her hoffe ich mir dann halt jetzt auch noch mehr, weil die Gedanken jetzt auch erstmal weg sein sollten von wegen, wo wechsle ich hin, will ich mich verletzen und da ist mein Berater, ruft es ja nicht an. Also von daher, ich glaube ehrlich gesagt, dass wir zufrieden sein können. Ja, der Meinung bin ich auch und das bedeutet aber in der Konsequenz auch, dass es da jetzt keine Ausreden mehr geben kann. Also der Kader ist rund, ist an den nötigen Stellen verbessert worden. Es sind jetzt nicht die massiven Leistungsträger weggegangen. Das heißt, das kannst du jetzt nicht als Ausrede irgendwie ins Feld führen. Und auch, weil du mal Musch gerade angesprochen hast, wo man, wie du ja sagst, der dann jetzt vielleicht auch befreit aufspielen kann, mit dem Commitment gibt er natürlich auch, also zum Verein gibt er natürlich auch ein Commitment dazu ab, da jetzt einfach auch zu liefern. Ich meine, hat er gegen Hoffenheim jetzt auch schon getan und war da auch sehr bemüht. Und da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, aber da wird natürlich auch die Erwartungshaltung jetzt an die Mannschaft und auch an einzelne Spieler einfach steigen. Ja, und auch an den Trainer. Ich finde bis jetzt strahlen die das aber auch aus. Also ich fand den Auftritt im Sportstudio von Topmeller okay. Es war nicht so, dass ich keinen Bock mehr hatte zuzuhören, wie bei den Pressekonferenzen letztes Jahr. Ich glaube einfach, dass man bei Topmeller halt abwarten muss, wie sich das entwickelt, aber dass ich glaube, dass eine Entwicklung möglich ist, auch in der Persönlichkeit. Ich meine, haben sie immer gesagt, es ist ein junger Trainer, der an gewissen Stellen Defizite hatte letzte Saison, wo die Kommunikation nicht ideal war. Aber wie bei Spielern ist es vielleicht bei jungen Trainern dann auch so, dass man dann halt sagt, okay, vielleicht entwickelt sich das und vielleicht entwickelt sich das auch leichter, wenn man halt einfach erfolgreich und anständig spielt, weil du dann automatisch so eine gewisse Aura verliehen bekommst durch Erfolge. Das ist einfach so. Ja, klar. Da kannst du dann halt über die Dinge, die uns vielleicht ein bisschen genervt haben, hinwegsehen. Und vielleicht lösen die sich dann auch ein Wohlgefallen auf. Ich bin aktuell noch echt optimistisch. Das heißt nicht, dass ich blauäugig in die Saison gehe, weil du hast es gesagt, wir müssen liefern, wer weiß. Also, keine Ahnung. Wir haben ja im Fußball schon viel erlebt. Plötzlich fliegt der Laden wieder auseinander. Also, das wird auf jeden Fall eine knackige Hinrunde erstmal, weil du halt auch Dreifachbelastung hast. Du trotzdem auch in gewissen Teilen noch junge Spieler hast, wo man gucken muss, inwieweit geht da die Entwicklung weiter, beziehungsweise in welche Richtung geht sie und Verletzte werden dazukommen und so weiter und so weiter. Also, du wirst ja diesen Dingen auch immer ausgeliefert im Fußball. Aber heute, nach dem Aufnahmenspiel und nach den ersten beiden Flüchtspielen davor, finde ich ehrlich gesagt die Tendenz in Kombination mit dem Transfer-Fans absolut positiv. Ja, dem würde ich auch voll und ganz so zustimmen. Und ja, wie du schon gesagt hast, für eine abschließende Beurteilung ist es einfach auch noch zu früh, sowohl was die tatsächliche Ausgewogenheit des Kaders angeht oder auch die Prognosen, wo die Eintracht am Ende der Saison vielleicht landen wird. Da können wir jetzt nach den ersten zwei Spielen jetzt erstmal noch nicht viel sagen. Und jetzt ist ja auch erstmal Länderspielpause, jetzt kann man sich erstmal wieder entspannen von den anstrengenden zwei Spieltagen Bundesliga. Alter, wer hat sich denn den Kram ausgedacht? Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Dann mach irgendwie, keine Ahnung, mach einmal eine richtige Pause, wo mir aus zwei Wochen Pause ist und dann frühstückt man diese ganzen Länderspiele ab. Aber du hast jetzt eine und ich habe im Oktober wieder eine. Ich glaube, ja. Das ist schon scheiße. Du spielst zuhause in Offenheim, an Länderspielpausen und dann spielst du in Wolfsburg. Das ist schon neffig. Ja, was soll der in Kiel sagen? Die haben erst gegen Hoffenheim, dann gegen Wolfsburg, glaube ich, gespielt. Jetzt haben sie Pausenspiel, dann gegen Bayern und dann Herbst wiederkommen in der Bundesliga. Ja, genau. Und dann stehst du irgendwie da. Dann schreiben die in ihr Schulbuch, mein erster Monat. Ja, genau. Meine ersten 100 Tage in der Bundesliga, der größte Scheiß ever. Ja, ich will wieder zurück in die zweite Liga. Ja, genau. Dann kann ich fängst gegen Köln, Schalke, HSV spielen. Wenn ich es jetzt richtig sehe, 12. und 13. Oktober an dem Wochenende sind keine Spiele. Also da ist dann auch nochmal Bundesliga-Abpause. Naja, wie gesagt, es wird spannend, weil ich fand das Hoffenheim-Spiel war echt geil. Das Hoffenheim-Spiel hat all das gebraucht, was ich eigentlich haben will. Eine Mannschaft, die Bock hat, die Mannschaft, die nicht verunsichert ist, eine Mannschaft, die im Spirit drin ist, eine Mannschaft, die sich durch einen Anschlusstreffer nicht aus der Ruhe bringen lässt, die vorm Tor konsequenter war, die eine unglaubliche Spielfreude hatte und die halt einfach ein geiles Spiel gemacht hat bei geilem Wetter. Also fertig. Also das ist ja im Endeffekt genau das, was man letzte Saison vermisst hat. Einen ganz normalen Heimsieg gegen eine Bratwurst-Mannschaft. Und das hat die Eintracht super gemacht. Also diese Tore, wie die rausgespielt waren, Digga. Also der Pass von Nkunku auf Mamouche und sein Pass auf Ektikite war wahnsinnig. Und er haut den halt rein. Und dieses andere Tor war ja fast noch geiler. Also das Theater, die diesen Laserpass spielt, dass Ektikite den abtropfen lässt und dass Larsson den so reinwichst. Super. Und das dritte Tor, ehrlich gesagt, auch geil. Ich meine, das war natürlich ein bisschen gefuddelt da. Aber dann tropft der Ball zu Götze, der löst schon seinen Gegenspieler und macht den einfach direkt rüber zu Mamouche. Ja, aber wie Götze da im Vollsprint diesen Pass da, diese Bogenlampe schlägt, die dann auch zielgenau Mamouche vor die Füße fällt, der kann ja sich in aller Ruhe den Ball nochmal auf den starken Fuß legen und dann halt drauf. Ja, also es war schon... Ja, dass da nicht irgendwie... Das hat Bock gemacht, ehrlich gesagt. Ich meine, gut, relativieren wir ein bisschen Hoffenheim, haben wir selbst letzte Saison hinbekommen, aber da hatte das alles irgendwie mehr Krampf. Das waren diese Spiele gegen Augsburg und gegen Hoffenheim, die haben wir zwar auch gewonnen, aber das wirkte so, als wenn wir die gewonnen haben, weil man die aufladen musste. So von wegen, jetzt müssen wir aber gewinnen, jetzt haben die ganze Zeit unentschieden gespielt oder sonst so. Dann war das so ein Akt des Willens. Ich hatte gar nicht das Gefühl bei diesem Hoffenheim-Spiel, dass da unfassbar viel erzwungener Wille nötig war, sondern die hatten einfach Bock. Und ich glaube, dass sich das auch auf die Ränge übertragen hat und dass das auch die Leute beruhigt hat. Also mich hat es auf jeden Fall beruhigt, weil man natürlich trotzdem mit Fragezeichen in die Saison gegangen ist. Klar, man weiß dann eben auch nicht, wie es sich dann entwickelt. Ich meine, Hoffenheim hat am Wochenende vorher gegen Kiel jetzt auch irgendwie nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Aber da weiß ja dann auch irgendwie nicht, was dann passiert. Die hatten sich ja auch auf den letzten Metern im Transferfenster da nochmal kurz ein bisschen verstärkt. Und du weißt eben auch nicht, wie die Eintracht dann an dem Tag irgendwie drauf war. Aber ich gebe dir recht in dem Spiel an sich. Man hat von der ersten Minute angemerkt, die haben richtig Bock, die wollen nichts anbrennen lassen. Die haben von vornherein viel Druck ausgeübt, einfach auch, weil sie von sich aus, glaube ich, wollten, dass dieses Spiel sehr früh entscheidend in ihre Richtung kippt. Die wollten da früh dieses Tor machen, allen voran Mamouche. Der war fürchterlich umtriebig im positiven Sinne, hat sehr versucht, da irgendwie in den Abschluss zu kommen. hatte ja dann auch noch diesen Schuss, der ja dann irgendwie so haarscharf am Tor irgendwie vorbeigegangen ist, was ja dann auch nochmal irgendwie so ein Schuss aus der zweiten Reihe war, wo ich schon vor immenser Freude hier meinen Bildschirm angeschrien habe, bis ich dann verstanden habe, dass der Ball gar nicht drin war. Also der war einfach wahnsinnig bemüht. Aber wie du schon sagst, die komplette Mannschaft hatte einfach nach einem wahnsinnigen Willen aus sich heraus, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Und ich glaube, wenn du mit der Leistung auch weiterhin in diese Spiele gehst, egal ob du am Ende des Tages dann die Spiele für dich entscheidest oder auch dann nicht. Ich meine, es gehört beim Fußball halt eben auch dazu, dass derjenige am Ende des Tages gewinnt, der die meisten Tore schießt, fünf Euro ins Phrasenschwein. Aber ich glaube, wenn du allein mit der Einstellung da unterwegs bist, dann hast du zumindest schon mal den Bonus, dass die Fans dich, egal was ist, bedingungslos unterstützen werden. Das ist ja auch ein Stück weit das, was letztes Jahr einfach gefehlt hat. Diese Emotionen auf dem Platz, die sich dann auch wieder auf die Ränge überträgt und dann von den Rängen auch in doppelter, dreifacher Größenordnung wieder zurückgegeben wird. Ich glaube, das haben wir dann gegen Hoffenheim gesehen, dass das zumindest auf einem guten Weg ist, zu funktionieren. Ja, und wie gesagt, wir bewerten jetzt hier dieses eine Spiel, deswegen kann man halt auch so euphorisch reden. Und warum soll man es nicht machen? Bis jetzt ist es ganz geil. Der Auftritt in Dortmund haben wir auch schon gesagt, war okay. Und jetzt hat sich Zeit fortgesetzt. Ja, aber gewonnen hast du jetzt hier noch lange nicht. Also musst du jetzt halt durchziehen. Aber wenn die das machen würden, wäre es geil. Also ich habe Bock auf diese Mannschaft. Und ich bin einfach begeistert, was für Tore die andere gemacht hat tatsächlich. Weil du kannst ja Tore schießen und du kannst Tore schießen. Und das waren wirklich Tore, wo du denkst, okay, vielleicht war die Erzählung von wegen Geduld haben, bis sich gewisse neue Abläufe und Hierarchien in der Mannschaft bilden, richtig. Weil da ja auch Tore dabei waren, wo Spieler miteinander spielen müssen, die schon ungefähr wissen, was der andere macht. Also wie Etikete den Ball abprallen lässt und so weiter. Wie ein Kunku den Ball spielt. Also da sind ja schon Spieler gewesen, die jetzt nicht erst seit zwei Wochen zusammenspielen, sondern vielleicht auch ein halbes Jahr und manche sogar schon ein Jahr. Ja, und vielleicht trägt das irgendwann Früchte tatsächlich. Und ich hoffe sehr. Ja, also ich glaube schon, dass wir uns mit der Art und Weise und dem Kader gerade nicht verstecken brauchen. Und wir hatten es ja vorhin auch angesprochen, dass da ja auch jetzt Spieler noch dabei sind, die vielleicht dann da auch noch so ein bisschen mehr in dieses Mannschaftsgefüge reinwachsen müssen. Ich meine, zum 2-0 hat Theat ja den öffnenden Ball aus der Innenverteidigung gespielt. Christensen hatte ja auch so ein paar Chancen. Ich glaube, wenn der dann auch noch mal so ein bisschen besser das Flankengame da auf der rechten Seite mit eröffnet. Ich meine, wir haben jetzt bei Enkunku zweimal gesehen, wie geil das ist, wenn der da die Flanken reinschlägt. Das scheint da schon ganz gut irgendwie zu funktionieren. Der hat sich in der defensiven Seite jetzt noch mal anscheinend ordentlich weiterentwickelt. Wenn Christensen da auch noch mal ein bisschen mehr Offensivdrang reinmacht, dann kann ich mir auch vorstellen, dass da einfach noch ganz andere Dinge irgendwie funktionieren. Ich meine, mit Matanovic, der ja dann später eingewechselt wurde, hatte man ja dann auch noch mal die eine oder andere Möglichkeit. Eben ist da bislang das Tor irgendwie noch verwehrt geblieben. Das würde ich ihm auch einfach wünschen, dass der das da noch macht. Aber ich glaube, dass man da einfach noch viel, viel mehr Möglichkeiten hat, gefährliche Torchancen zu kreieren, wenn das mal so richtig komplett ins Laufen kommt. Ja, warten wir es ab. In Wolfsburg ist es auf jeden Fall ein Test, wo du sagst, okay, da hat die Eintracht jetzt nicht immer die Sterne vom Himmel geholt in Wolfsburg. Das war immer schwierig. Wolfsburg ist immer ein ekelhafter Gegner. Ja. Die kann man auch schwer einschätzen. Die waren gegen Bayern an gewissen Stellen gar nicht so schlecht. Die haben jetzt einigermaßen souverän in Kiel gewonnen. Die, ja, ähnlich wie Hoffenheim, sind halt auch verstärkt worden mit Geld, was ihnen eigentlich nicht zusteht. Ja, es hätte, man muss auch eine Sache sagen, es hätte, um diese Euphorie weiterzudrehen, einen geileren Saisonstart auch haben können. Wenn du das erste Spiel daheim gegen einen geilen Gegner hast und dann eine geile Aussatzfahrt danach, wäre es schon was anderes, als wenn du jetzt diesen Hoffenheim-Wolzburg-Doubleheader hast. Das ist jetzt nicht so, dass ich voller Vorfreude denke, geil, 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 in zwei Wochen fahren wir nach Wolfsburg, sondern du denkst halt, gut, dann fahren wir halt nach Wolfsburg und hoffen, dass es schnell vorbeigeht, die Eintracht was holt. Dass dann halt, ja, Gegner wie Gladbach kommen und so ein Kram. Ich merke das bei mir immer mehr so. Also ich merke, ja, weil das mich nervt, so die Auswärtsblock, was ist das? War es der Auswärtsblock bei den Plastikclubs oder die Auswärtsblöcke bei uns? Nein, der Auswärtsblock von Hoffenheim jetzt in dem Spiel. Achso, das war's. Ja. Ich habe dem Anlass nicht angemessen. Du triffst die ganzen Leute nach drei, vier Monaten wieder, alle sind gut drauf, das ist geiles Wetter. Du willst geile Atmosphäre haben und dann ist halt trotzdem irgendwie so ein Schönheitsfehler in diesem Stadion, wo du siehst, Alter, da ist irgendwie ein Betriebsausflug, der sich verirrt hat und die da halt rumstehen und nicht wissen, wo sie da gelandet sind. Das ist schon, im Endeffekt gehört sich das nicht so weiterhin, so weiterhin und man muss es auch immer wieder sagen, die Leute sind so genervt davon. Digga, die sind 15 Jahre in der Bundesliga. Das ist auch krass. Du fährst eine Stunde nach Frankfurt. Samstag 15.30, gutes Wetter. So, halt dein Maul. Da passiert nichts mehr, wenn das in 15 Jahren nicht passiert ist. Das passiert auch nicht mehr. Dann bleibt das ja auch ein Problem. Dann muss ich auch nicht Geduld haben und warten, bis sie eine Tradition entwickeln. Nix. Digga, das ist am Ende, die ganzen Jahre, die hoffen, dass man jetzt noch in der Bundesliga ist, weil keiner sich traut, in irgendeiner Art und Weise endlich mal da dran zu gehen. Werden den Leuten, die jetzt in Verantwortung sind, im Nachhinein leidtun. Du kannst das jetzt beobachten. Den Leuten wird das im Nachhinein leidtun, dass niemand früher was gemacht hat, die Bundesliga so zu verwässern mit diesen Vereinen. Das ist einfach zugelassen. Der ein oder andere Funktionär hat sich bei Dietmar Hopp in der Loge voll gesoffen. Was weiß ich was. Das wirkt wie so Zeiten, als du bei Ergo noch irgendwelche Lustreisen bekommen hast, wenn du irgendwie gute Abschlüsse hattest. Da will im Nachhinein auch keiner mehr drüber sprechen. Genau so ist das. Und das ist einfach noch ein Symptom davon. Da muss in irgendeiner Art und Weise was passieren. Das ist mir auch egal. Ich werde das auch jedem, der es nicht hören will, weitersagen. Ich meine, 390 gibt es nur deswegen. Und es ist immer noch so. Es ist immer noch so. Du kommst wieder nach 15 Jahren in der Bundesliga ins Stadion, guckst dir diesen Auswärtsblock an und denkst, das geht nicht. Das gehört sich nicht. Und das schadet auch dem Produkt Bundesliga und das fuckt mich auch als Fan ab. Ich habe keinen Bock, gegen Hoffenheim zu spielen. Da ist nichts drin. Du willst einfach nur gegen die gewinnen, weil es drei Punkte für die Eintracht gibt. Aber da ist keinerlei Gegneremotion drin, dass du denkst, geil, wir haben Hoffenheim weggewichst. Nee, du willst es schnell vergessen. Aber wenn wir jetzt, keine Ahnung, gegen Lautheim gewonnen hätten, 3-1, erste Heimspiel in der Saison, geile Tore, nochmal ein anderer Vibe. Ich muss das trotzdem immer wieder dazu sagen, wenn wir gegen solche Mannschaften spielen. Ja, es war wirklich schon sehr traurig, gerade wie du schon gesagt hast, bei der Entfernung, die ja überhaupt kein Anreiseaufwand ist. Wenn du das halt irgendwie vergleichst, wie viele Eintracht-Fans dann teilweise bei einem Sonntagabendspiel oder hier bei dem Montagabendspiel im Pokal, da Braunschweig unterwegs waren, was ja dann doch erstens anreisetechnisch und zweitens vom Tag einfach auch viel, viel blöder ist, weil du halt den nächsten Tag die entweder freinehmen musst oder halt einfach schlags kaputt irgendwie da auf der Arbeit sitzt und da ist der Block komplett irgendwie voll und das andere ist halt irgendwie, man kann ja noch nicht mal sagen oder versuchen irgendwie den Hoffenheim-Fans da irgendwie eine Ausrede zu bilden, zu sagen von wegen, der Gegner war irgendwie langweilig. Ja? Nein, das Ding ist ja, guck mal, es soll auch gar nicht so als Frankfurter arrogant rüberkommen, zu sagen, jeder soll das so wie machen, wie Schalke, Dortmund, Frankfurt, Schalke, darum geht es nicht. Es geht einfach nur darum, dass sich da nichts entwickelt, dass das einfach uninteressant ist und dass die trotzdem von ihrer finanziellen Wucht und von der sportlichen Wucht auch einfach viel zu overrated sind. Die spielen Europapokal. Die spielen Europapokal. Das heißt, die nehmen einen Slot da ein. Das funktioniert nicht. Ich weiß nicht. Das ist wie wenn du, keine Ahnung, Karten für irgendein umfassbares Konzert verkaufen würdest von einer Band, die ich nicht kenne und ich würde die Karten einfach kriegen und dann würde ich da rumstehen und draußen steht irgendjemand, dem das Welt bedeuten würde und ich stehe da rum und kenne kein Lied. So ist das. So ist einfach so. Was soll das? Warum sind die da? Für wen auch? Für wen sind die dort? Ja, da frage ich mich mit mir den Falschen. Ja, egal. Lass uns das vergessen und nach vorne blicken und ah, kommt Wolfsburg. Selber Rant würde jetzt eigentlich folgen. Einfach Copy, Paste, reinsetzen, alles klar. Die Farben sind anders und der Geldgeber ist ein anderer, aber ansonsten hat sich an der ganzen Thematik nichts geändert. Es ist echt traurig. Aber nun gut. Konzentrieren wir uns auf uns, konzentrieren wir uns auf die Eintracht. Zwei Saisonspiele, wir haben positive Vibes, wir haben gute Stimmung im Kader, wir haben schöne Tore gesehen. Das lässt uns hoffen, dass das, was wir im letzten Jahr vermisst haben, nämlich die notwendigen Emotionen dieses Jahr dann hoffentlich da sind und dass die Mannschaft mehr Siege einfährt, als sie im letzten Jahr eingefahren hat. Und dann gucken wir mal, wie sich das so weiter entwickelt. Und dann können wir mal noch auf dieses andere Thema sprechen, was ja am Freitag noch war. Neben dem Transferfenster gab es ja auch eine Auslosung für die Europa-Liga-Phase. Und bevor wir mal über die Gegner sprechen und heim und auswärts und so weiter, würde mich mal interessieren, ich gehe mal davon aus, du hast die Auslosung verfolgt, Basti. Wie hat die denn so auf dich gewirkt, diese Auslosung? Skurril. Okay, dann sind wir uns da schon mal einig. Vielleicht auch aus dem gleichen Grund. Kannst du mir erklären, warum sie auf dich skurril gewirkt hat? Ich fand das schon einigermaßen befremdlich. Normalerweise freust du dich auf eine Auslosung und dann wird die Eintracht gezogen und dann weißt du entweder, gegen wen sie spielen oder wer danach noch kommt. Hier wird einfach die Eintracht gezogen und dann kommt jemand und drückt auf so einen Knopf und dann laufen im Hintergrund irgendwelche Berechnungen und dann wirst du mit acht Teams überfahren, auf einmal. Du hast nicht diesen einzelnen Jubel, weil du Marseille gezogen hast. Yes! Und dann hast du noch eine kurze Ruhepause. Sondern das ist so, du wirst da so vollendete Tatsachen völlig intransparent gestellt und musst dich dann erstmal so zählen und sagen, oh geil, nicht geil. Das ist fast, ich finde das fast zu viel für einen Moment, ehrlich gesagt. Ja. Ich hatte das auch tatsächlich nicht auf dem Schirm. Ich habe das, Freitagmorgen tatsächlich in einem Podcast erst gehört, als sie mir dann erklärten, dass da einfach nur auf so einen Knopf gedrückt wird. Was am Ende des Tages auch kein Knopf war. Ich weiß nicht, die haben irgendwie einen extra Tresen um diesen gigantischen Knopf drumherum gebaut. Das war ja ein, 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 ein Riesen, ein Riesenknopf. Das sah schon aus wie aus so einer schlechten 90er Jahre Gameshow. Ich, nee, ich war total erinnert irgendwie an Austin Powers, dass das irgendwie aus so einem ganz fürchterlichen Slapstick-Film irgendwie so ein gigantischer, riesiger Knopf ist, der dann irgendwie den Untergang der Welt bedeutet. Irgendwie sowas. Daran erinnerte mich das in diesem Moment. Ja, das hatte ich auch im Kopf, als ich es skurril gesagt habe. Das war schon sehr weird. Ja, vor allem auch dieser Mensch, der steht dann die ganze Zeit da und das ist ein einziger Stopp, ist es dann zwischendrin auf diesen Knopf zu drücken. Habe ich mir auch gedacht. Ich fand es auch lustig, als die dann irgendwann zwischendrin gesagt haben, so, wir wechseln jetzt mal, damit ihr auch mal mehr Dinge zu tun habt. Wo ich denke, so, okay, aber wenn ihr doch wisst, dass das euer Konzept ist, ändert das doch. Ich habe mir das auch gedacht, hier, Digga, du stellst dich da hin und drückst da. So, weißt du, du, es ist ja auch schon manchmal so ein bisschen fremdscharmmäßig, wenn die da so unbeholfen in diesen Kugeln da rumwurschteln und rumrühren. Ja. Aber da hast du halt wenigstens ein Los in den Ahnen, dann darf er es rausholen, dann darf er es stolz in die Kamera halten, darf es vorlesen, bla, bla. Ja, und dann habe ich mir auch gedacht, ja, du hast die Aufgabe des Tages heute bekommen, dann drück einfach da auf den Knopf und oben links sind dann ja auch diese Balken da hin und her und so, ne, also so wie so unseriöse Berechnung. Ja, also ganz ehrlich, das war doch auch, das ist doch auch Fake schlechthin. Ja, die haben einfach gesagt, okay, das Erste, was passiert, wenn du auf diesen Knopf drückst, ist, wir lassen da 15 Sekunden Animation laufen, damit das so aussieht, als wenn wir was tun. In Realität hat der Computer das doch nach irgendwie einer Millisekunde da stehen. Das ist doch vollkommen klar für den. Das ist doch überhaupt kein Ding, dass man da noch irgendwie diese komischen Berechnungsdinger da machen muss. Das ist doch auch nur irgendwie für Arsche hochziehen. Also ich fand es auch sehr, sehr merkwürdig und es passt so ein bisschen zu meinem, und da greife ich vielleicht dieser ganzen Thematik so ein bisschen vorneweg, diesem Gesamtgefühl von diesem neuen Modus, dass ich noch nicht so richtig weiß, was ich damit jetzt anfangen soll, weil man halt einfach auch null Vergleich irgendwie hat, wie sich das irgendwie anfühlt und was das tatsächlich auch für die Vereine bedeutet. Heute war ja so ein bisschen Abschlusspressekonferenz mit Markus Grösche nach dem Transferfenster, und da ist er ja auch dazu befragt worden, was das dann bedeutet, wo er auch sagte, so naja, es ist schwierig, weil man halt eben wenig Vergleich hat. Das Einzige, was man jetzt schon so ungefähr sagen kann, ist, dass der Vorbereitungsaufwand halt wesentlich größer ist, weil du hast ja jetzt nicht drei Teams, auf die du dich vorbereiten musst und wo du irgendwie nach dem Hinspiel für das Rückspiel irgendwie anpassen musst, sondern du hast halt acht unterschiedliche Gegner, auf die du dich immer individuell vorbereiten musst und du hast ja auch nur diese eine Chance, da irgendwie Punkte zu holen und dementsprechend groß wird einfach dann der, ja, der Vorbereitungsaufwand, wie ich schon mehrfach jetzt sagte, auf diese einzelnen Gegner irgendwie werden, das kann man also irgendwie schon mal irgendwie absehen. Von daher, auf der einen Seite interessant zu sehen, was das mit diesem Wettbewerb und mit den Mannschaften macht, aber auf der anderen Seite weiß ich noch nicht so richtig, ob mir das dann am Ende des Tages gefällt. Ich weiß nicht, wie ist es da bei dir? Ja, weiß ich auch nicht. Ich kann es nicht so ganz greifen bis jetzt. Die Auslosung hat eigentlich das schon auch gut dargestellt, dass das alles sehr, sehr neu ist und man sich trotzdem daran gewöhnen muss, auch das, was da ausgelost wurde und was das dann macht, ich kann es nicht einschätzen. Ich glaube, wie du es gesagt hast, dass auch die Spieler und Verantwortlichen das selber noch nicht wissen. Ich glaube, die wissen nicht, was für Blüten da an so einem vorletzten oder letzten Spieltag noch passieren können, wo du eventuell auf sechs Plätze gleichzeitig gucken musst. Ja, also die Ernüchterung kam ja bei mir dann auch schon so ein Stück weit, als ich mal dann darüber nachgedacht habe und mir dann bewusst geworden ist, selbst wenn du irgendwie herausragend gegen diese acht Mannschaften irgendwie spielst, wenn es halt irgendwie acht weitere gibt, die gegen ihre acht Gegner noch herausragenderer spielen, falls es dieses Wort gibt, musst du trotzdem in diese Zwischenrunde. Also es reicht ja jetzt nicht einfach zu sagen, wie es in der Vergangenheit war. Du hast halt eben die, mit denen du dich messen musst und du weißt halt, okay, ich muss halt in meinen sechs Spielen gegen meine drei Gegner muss ich halt irgendwie extrem gut sein. Du kannst es ja überhaupt nicht einschätzen, weil es ja gar nicht reicht, was du tust gegen deine acht Gegner, sondern halt auch darauf ankommt, was die anderen 35 Mannschaften da machen und du dann halt trotz sehr guter Leistung vielleicht einfach irgendwo im Nirwana-Landes, wenn der Rest halt einfach deutlich besser ist. Ja, das Gefühl hatte ich nicht, muss ich sagen. Nee? Okay. Ich hatte eher das Gefühl, wenn du einigermaßen seriös deine Spiele spielst und zwei, drei gewinnst, dann bist du auch schon weiter einfach. Weißt du, was ich meine? Also du musst ja theoretisch, um in die Ausscheidungsspiele zu kommen, nur 24. werden. Klar hast du dann noch eine, du hast ja eine Runde mehr noch, klar. Ja. Und, ja, weißt du, also das sollte die Eintracht schon schaffen, ehrlich gesagt. Ja, darum mache ich mir jetzt keine Sorgen, aber, ähm, ne, es kann halt sein, dass du irgendwie, was weiß ich, äh, am vorletzten Spieltag irgendwie auf Platz sieben stehst und dann irgendwie nach dem letzten Spieltag auf einmal auf Platz 14, 15, weil durch dieses Ligasystem, weil ja dann dieses eine Spiel irgendwie entscheiden kann, es dich halt einfach dann da runterschießen kann. Ja, dann hast du trotzdem irgendwie deine Spiele irgendwie gut gemacht und musst halt trotzdem noch die Zwischenrunde spielen. Ja, klar, aber, ja, keine Ahnung. Noch kann ich mich damit nicht anfreunden, aber es ist halt auch am Ende zu früh, weil ich habe es noch nicht erlebt, wie es sein wird. Vielleicht ist es auch irgendwann so, dass wir sagen, in zwei, drei Jahren, oh, es ist ein geiler Modus und in der Champions League ist das und das passiert. Fühle ich jetzt noch nicht, liegt aber vielleicht auch daran, dass so eine Gruppenphase jetzt mal unabhängig von Eintracht, wenn du so Gruppenphasen in den europäischen Wettbewerben geguckt hast, eh immer langweiliger wurden. Gegen Ende. Das Gefühl gab, Real und Paris sind immer in derselben Gruppe und dann hat man immer nur gewartet aufs nächste Jahr bis endlich in allen Wettbewerben die Achtelfinals losgehen und dann hast du angefangen irgendwie wieder bewusst nach Champions League zu gucken. So ist das halt so ein bisschen mitgelaufen. Vielleicht ändert sich das dadurch, vielleicht ist es jetzt einfach so, dass dadurch, dass es so neu ist, man da jetzt irgendwie anders drauf guckt. Aus Eintracht sich, ich finde es weiterhin merkwürdig und ich glaube Axel Hellmann hat auch am wichtigen Punkt gesagt, der gesagt hat, dass dadurch, dass du nicht mehr gegen beide spielst, dass du nicht mehr zwei spielst, zu Hause und auswärts, kannst du halt auch schlechter dealen, was Auswärts-Fan-Behandlungen und Karten und so betrifft. Was ich für ein großes Problem halte, gerade in dieser Zeit, wo die Entwicklung da wirklich in eine bedenkliche Richtung geht, weil wir ja erlebt haben, was Lokalpolitiker sich alles ausdenken können und was die alles aussprechen können, was am Ende zwar kassiert wird, aber dass die an dem Tag nicht hilft. Das ist jetzt glaube ich noch einfacher, weil du halt nichts befürchten musst im Rückspiel. Also wenn Lyon uns jetzt schlecht behandelt, dann denken die sich, ja gut, Pech, so sehen uns jetzt erstmal nicht wieder in diesem Jahr und das ist glaube ich auch noch so eine weitere Problematik und ich fand auch irgendwie komisch, dass das jetzt so viele Gegner sind, weil dann hast du auch irgendwie so eine Verwässerung, was die Vorfreude betrifft, weil es einfach zu viele sind. Du machst jetzt plötzlich acht auf einmal statt irgendwie nur drei und ja, nach so zwei Tagen oder so hatte ich auch noch Probleme, die alle die ganze Zeit zusammen zu bekommen, so zu denken, aber ich bin gegen Riga, Prag, Pilsen, wie ist das, das fängt schon an. Wer ist denn der vierte Heimgegner? Äh, Ferenc Barasio. Budapest, genau. Budapest, genau. Bei den Auswärtsspielen ist es anders, weil da bist du ja sofort im Modus, da willst du ja sofort gucken, buchen die Stars Ananas. Ja, da haben wir Bejiktas, Midtjylland, Olympik und das ist noch irgendwie fast am ärgerlichsten, wenn du gerade auch diese Fanthematik ansprichst, dann das achte Spiel auswärts gegen AS Rom. Da würde ich schon fast irgendwie davon ausgehen, dass da gibt es eine Beschränkung, was Auswärtsfans angeht. Ich rechne ehrlich gesagt bei Leo auch damit und bei Isra Buben. Ja, da würde ich auch mit rechnen, aber ich glaube, Rom ist noch zweimal sicherer. Am letzten Spieltag, da wollen die auf gar keinen Fall, dass da noch die Eintracht-Fans irgendwie der Mannschaft in irgendeiner Art und Weise helfen. Das ist halt auch so eine Sache, also dass völlig ausgeblendet wird, dass das auch sportliche Einflüsse hat. Dass irgendein Lokalpolitiker zusammen mit dem Verein da ein Kommuniqué rausgibt und sagt, naja, aufgrund der und der Ereignisse wollen wir hier keine Eintracht-Fans haben und bla 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 bla. Ja, wie du gerade ja gesagt hast, du kannst halt keine Gleichheit herstellen, indem du halt sagst, okay, ihr habt da keine Fans zugelassen. Genau. Dann mit den gleichen Argumenten, dass ihr sagt, Risiko lassen wir hier halt auch keine Fans zu, weil, ne, gleiches Argument. Du kannst es halt nicht nivellieren, wenn die halt sagen von wegen, nee, machen wir einfach nicht und wir machen das vielleicht bei allen unseren Gegnern nicht. Tja, dann ist es halt einfach so und wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, dass es da auch sehr wenig Instanzen gibt, die in irgendeiner Art und Weise was dagegen sagen und selbst wenn sie was dagegen sagen, ist es dann irgendwie mit, weiß ich nicht, wenn du Glück hast, ein paar Tage, wenn du Pech hast, irgendwie ein paar Monate Verzug, wo man dann sagt so, naja, eigentlich war das zu Unrecht, aber dann ist es halt trotzdem irgendwie rum. Ja, viele Dinge, also das trübt so ein bisschen die Vorfreude auch, also dass du nicht genau weißt, wo kann man hin und wo nicht und dies und das. Ja, ja. Aber am Ende, Digga, wir dürfen das nicht als Selbstverständlicher ansehen, die Eintracht spielt den Europapokal. Ja. Die Eintracht spielt den Europapokal, die Eintracht hat auch geile Auswärtsspiele, die Eintracht hat auch interessante Heimspiele, die Eintracht kann weiterkommen und dann kriegen wir noch einen Gegner und dann kommen K.O. Spiele und die Eintracht kann K.O. Spiele. Also es ist trotzdem auch noch möglich, dass wir geile Nächte erleben. Ich habe Bock da drauf, ehrlich gesagt, ich brauche das auch. So diese Conference League hat mir gar nichts gegeben, muss ich sagen. jetzt sind wir wieder eigentlich in dem Wettbewerb, wo wir uns am Wohlsten fühlen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt tatsächlich, wie sich das alles ausgeht, mein lieber Freund. Ja, und ist ja auch gar nicht mehr so weit hin. Das erste Spiel ist das Heimspiel gegen Viktoria Pilsen. Das findet am 26. September 21 Uhr statt zu Hause. Also das ist ja jetzt auch gar nicht mehr so lang hin. Das sind jetzt noch drei Wochen. Eine Länderspielpause und zwei Bundesligaspieltage und dann ist es schon soweit. Stimmt gar nicht. Das ist ja ein Bundesligaspiel. Ne, doch zwei. Wolfsburg und Gladbach und dann kommt Pilsen. Wolfsburg, Gladbach, Pilsen. Genau. Und dann Kiel. Das könnte auch, unterschiedlich könnten die Städte nicht sein. Wolfsburg, Gladbach, Pilsen. Ja, klingt... Schöner Sendungstitel eigentlich. Eigentlich ein schöner Sendungstitel, ja. Können wir gleich mal aufschreiben. Ja, also wird auf jeden Fall interessant. Ich habe auch Bock auf die Spiele und bin mal gespannt, wie sich dann dieser neuer Spielmodus anfühlt, wenn wir dann tatsächlich mal im Game drin sind. Aber mit den einzelnen Gegnern werden wir uns dann im Detail, glaube ich, nochmal beschäftigen, wenn es dann ein bisschen aktueller wird. Der Gegner, mit dem wir uns dann auch beschäftigen, wenn es aktuell wird, aber den ich zumindest hier kurz einmal ansprechen wollen würde, ist dann natürlich auch das Los, was wir für die zweite Runde DFB-Pokal gezogen haben. Wir spielen am 30.10. immerhin zu Hause. Daraus kann man dann schon ablesen, wenn man es nicht mitgekriegt hat, dass wir nicht gegen einen unterklassigen Gegner spielen, sondern wir spielen gegen Borussia Mönchengladbach. Was denn deine Meinung zu dem Los? Ist das, kommt es zu früh oder ist es am Ende des Tages, wenn man den Pott holen will, sowieso egal? Ich finde es zu früh tatsächlich. Mir hat das nicht gefallen, weil du wirklich einfache Lose hättest haben können. Ist scheiße. Gladbach scheint jetzt auch einigermaßen stabil in die Saison gekommen zu sein. Unnötig. Heimspiel in Regensburg hätte es auch getan, sage ich mal. Ja. Ja, ist so ein bisschen schade. Das wäre halt eigentlich auch so eine richtig geile Viertelfinalpartie am Ende des Tages dann auch gewesen. Ja, finde ich auch. Wo du dann auch irgendwie Stimmung hast auf beiden Seiten. Du hast auch so ein bisschen, du kannst dich auch als Fan da so ein bisschen reindenken. Du kannst da mit der nötigen Energie reingehen. Du musst es nicht irgendwie unnötig aufladen. Das wäre halt wirklich ein geiles, geiles Spiel dann nachher gewesen. Ja. Und wie du schon sagst, sie sind mit Sicherheit auch kein allzu leichter Gegner jetzt in der zweiten Runde. Da muss man sich schon auch ordentlich anstrengen und gerade dann, wenn jetzt ja doch auch die Anzahl der englischen Wochen dann in der Zeit steigt, ist das natürlich auch so ein bisschen so ein bisschen doof, dass du dann da nicht vielleicht irgendwie zu sehr rotieren kannst. Ja. Das macht es auf jeden Fall anstrengend aus Eintracht-Sicht. Aber ja, am Ende des Tages wollen wir vielleicht auch interessante Spiele und dann muss es vielleicht auch sowas sein. Am Ende, wenn du einen Pokal gewinnen willst, besser als Auswärts Gladbach kann man ja schon festhalten. Das ist doch ein Heimspiel. Ja, ich meine besser als Auswärts. Ach so, besser als Auswärts. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, ja. Ich sage mal so, Gladbach hat es schlimmer erwischt als uns. Ja, 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 ja. Das definitiv. Das definitiv. Ja. Ja. Naja, gut. Dann müssen wir da jetzt auch durch. hilft alles nichts. Spielen wir halt zweimal hintereinander gegen Gladbach. Jetzt am übernächsten Spieltag und dann nochmal Ende Oktober. Vielleicht kann ja, um mal eine Überleitung zu schaffen hier, ein ehemaliger Gladbacher der Eintracht helfen, um dieses Spiel zu gewinnen. Uh, Moda. Moda, du hast das erraten. Das war jetzt ganz hart nicht schwierig. Das ist der absolute Quiz-Champ. Ja, ja. Ja, ja, wer weiß. Ich bin ja auch noch gespannt, in was für einen Moda Hut wir dann da jetzt tatsächlich bekommen. Er hat ja in den letzten, ich glaube, anderthalb, zwei Jahren, die er jetzt bei Brighton war, nicht so wirklich viele Spielzeiten bekommen. Ich habe ihn auch wenig verfolgt, muss ich auch ehrlich sagen, weil jetzt Brighton auch nicht so der Verein war, wenn ich mal Premier League gucke, für den ich mich dann in irgendeiner Art und Weise interessiere. Ich bin mal gespannt, in wie sehr oder wie schnell er da in die Mannschaft reinkommt und wo er da vielleicht dann tatsächlich helfen kann und wie gesagt, welchen Mutter Hut wir da bekommen. Aber auch da habe ich Hoffnung, weil in der Vergangenheit hat die Eintracht ja schon oft gezeigt, dass wir für so Spieler, die eigentlich von allen irgendwie schon abgeschrieben oder verschrien waren, wir eigentlich irgendwie ein ganz gutes Pflaster waren, dass sie dann nochmal eine zweite oder dritte Luft irgendwie entwickeln können. Also kann ich mir schon irgendwie vorstellen und allein auf dem Papier so ein Mittelfeld irgendwie Lars von Götze Dahoud klingt jetzt nicht so falsch. Ja, ich bin echt entspannt, was diese Dahoud-Personale betrifft, muss ich sagen, weil man ja jetzt auch nicht hoffen muss, dass er sofort funktioniert oder dass er überhaupt jemals funktioniert, sondern man hat jetzt für Heulund einen Ersatz geholt. Ja. Einen Spieler, der in den letzten zwei Jahren nicht so viele Spiele gemacht hat, der aber auch nicht alles verlernt haben kann und der, wenn er wieder in seine Prime kommt, eine absolute Verstärkung ist und wo du auch keine unglaublichen Bauchschmerzen hast, wenn der halt mal Spieler vertritt, die eine Gapsperre oder eine Verletzung haben. Also meine Erwartung ist nicht so hoch, also ich rechne nicht damit, da habe ich schon andere Stimmen gehört, die sagen, dass die damit rechnen, dass der auch schnell Stammspielkandidat werden kann, das sehe ich noch nicht, brauche ich auch nicht, weil mir gefällt das zentrale Mittelfeld aktuell, so wie es ist, aber sollte von denen einer irgendwann mal Formschwäche haben, was bei Larsson in dem Alter immer noch passieren kann und du damit dann einen erfahrenen Spieler hast, der vielleicht auch Bock auf diese neue Chance hat, dann kann das doch nur Win-Win werden und wenn es nicht klappt, hast du trotzdem noch genug Alternativen einigermaßen auf dieser Position. Ja und selbst wenn er nicht spielen würde, mal angenommen, glaube ich, dass es trotzdem auch für den Kader gut ist, gerade weil wir so viele junge Spieler haben und auch gerade im Mittelfeld, wir haben den Larsson, der ist noch unwahrscheinlich jung, wir haben den Heulund, der jetzt halt verletzt ist, aber der ja dann trotzdem auch irgendwie wieder ins Training einsteigt, wo es einfach die auch davon profitieren, wenn da auch nochmal ein anderer erfahrener Spieler da ist, der vielleicht auch nochmal andere Herangehensweisen, andere Sichten hat, der ihnen dann auch was von seinem Wissen vermitteln kann und wie du ja schon sagst, der hat jetzt ja auch nicht alles erlernt und er hat ja auch eine Menge schon erlebt, was er ja dann da auch irgendwie weitergeben kann. Also allein daraus würde ich schon einen positiven Aspekt ziehen. Ja, am Ende ist es so, am Ende, selbst finanziell ist das Risiko überschaubar, für zwei Jahre fünf Millionen Euro, meine Güte. Ja, mein Gott, wir haben einen Ablösefrei bekommen, der wird jetzt auch kein Stinkstiefel irgendwie sein, ich glaube, der ist auch einfach unwahrscheinlich froh, dass er wieder in einem Verein ist, wo er so ein bisschen auch Reaktionen von den Fans und so weiter bekommt. Ich glaube, das ist dann einfach auch, also der wird jetzt dann nicht rummoppern, wenn der jetzt nicht spielt. Ja, und wenn wir ihn nicht brauchen, dann ist das auch ein gutes Zeichen, weil die anderen halt gut sind und wenn er gebraucht wird und er da ist, wer weiß, vielleicht geht er durch die Decke, vielleicht ist es ja wirklich so, dass er im Alter ist und sagt, okay, ich habe jetzt genug Erfahrung, ich habe auch das eine oder andere Wellenteil mitgemacht, wo ich denke, boah, selbstverständlich, wie es am Anfang meiner Karriere war, ist es nicht geblieben, ich weiß es jetzt vielleicht mehr zu schätzen und hänge mich jetzt hier zu 100 Prozent rein, dann kann das eine absolute Verstärkung sein und dann kann der auch Spiele aus diesem Mittelfeld verdrängen tatsächlich, also da sind alle Dinge noch möglich und meine Güte, lass uns das beobachten, es ist halt wichtig, dass der keine elementaren Erwartungen auf sich abgeladen hat und das ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung für ihn, um einfach zu gucken, ob er nochmal angreifen kann. Meine Güte. Genau, das bedeutet halt auch für uns, dass wir jetzt diese Verpflichtung von Modahut nicht überladen dürfen, das ist etwas, was uns wahnsinnig viel geben kann, aber uns auch nicht zwingend wahnsinnig viel geben muss und so sollte man das einfach sehen, dass wir damit einfach wesentlich mehr Möglichkeiten haben, wenn wir sie denn brauchen. Gut, hast du noch etwas, was du sagen möchtest, bevor es in deine 93-Planung und dann in die Länderspielpause geht? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Gut, dann würde ich sagen, außer kommt nach Hamburg, kommt nach Hamburg am Freitagabend zu 93 live und unterstützt den Eintracht-Podcast. Genau, für Kurzentschlossene, die nach Hamburg fahren möchten oder vielleicht in der Nähe von Hamburg sind, nochmal die Empfehlung 93 live im Nordspeicher, wenn ich das richtig im Kopf habe. Könnt ihr euch da am Freitag anschauen und ansonsten, ja, nochmal der Hinweis, ihr könnt uns unterstützen, alle Infos dazu auf eintracht-podcast.de. Da findet ihr auch alte Folgen, also falls ihr nochmal in eine der vergangenen Saisons irgendwie reinhören wollt, dann könnt ihr das da auch sehr gerne tun oder findet da auch den Button, um uns zu abonnieren, um die Info zu kriegen, wenn dann die nächste Folge draußen ist, wo wir uns dann mit, ja, sehr wahrscheinlich einem Ausblick auf den VfL Wolfsburg beschäftigen, meine absoluten Lieblingsbeschäftigung jetzt schon auf All-Time. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünschen wir euch eine wunderschöne Restwoche. Genießt die Länderspielpause, wenn ihr ja wisst, gegen wen Deutschland spielt, dann herzlichen Glückwunsch, ich habe es schon wieder komplett vergessen. In diesem Sinne melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut! Hey! 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 D Hey, hey, I gotta run, boy Hey, 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 I gotta run, boy Hey, 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 I gotta run, boy